Hä? Ist das doch so schnell? Ähm Ach, er holt dann nur ein bisschen ab Was denn? Hallo? Ich bin ja nicht da Komm, verfolg mich Was ist mir denn gefallen? Mein Futter Kann ich hier drauf landen und Kann ich von der Entfernung schießen? Hallo, nimmst du mal bitte Oh nein Yes, ein bisschen Ach was Ja Er müsste jetzt eigentlich umfallen Scheiße! Da daneben Was haut da ab? Er ist kurz davor zu liegen Verfeucht dich noch? Willst du dich nicht mal hinlegen? Warte, du hast voll die starke Tobe drin Was macht er da? Ähm Ach du Scheiße Das war jetzt im Moment Ich wüsste jetzt nicht, ob er liegen soll oder so? Bist du dir nicht so? Whirls Wer packt da rum? Was ist das Problem? Ich kann ja nicht runter. Dieses Licht macht mich jetzt echt irre. Ich sehe ihn nicht. Noch etwas ganz dummes. Ach, Mann. Ja, das war wirklich dumm. Der Herr T-Rex liegt. Da ist natürlich nichts, ne? Jetzt fliegen wir hier im Kreis, oder was? Ja. Scheiße. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm. Ja. 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 Ich bin voll erschrocken. Ich muss sagen, der PP ist echt gut. Der hat ihn ja jetzt ordentlich platt gemacht. Skorpione. Ja, so Skorpione. Von hier rüber. Hier können wir kämpfen, Freundchen. Oh, ist ein 150er. Gar nicht mal so schlecht. Wie krasser Scheiße. Die Aids gelabelt ja. Was soll ich denn eigentlich für sammeln? Das ist ein Ankylosattel. Ja, ich weiß ja, wo der lebt. Ich fliege mal schnell nach Hause. Oder habe ich nach Gratis mit? Natürlich nicht. Na, Gratis. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wo ich hin muss. Ja, wenn ich da oben hingucke, habe ich da meine Ressourcenkarte. Ich wollte einen Terrezino holen und gehen mir einen Tyreiz holen. Läuft. Läuft. Vielleicht fliegt da noch auf die fäschere Säulen dazu. Weil es sich so gut... Alter, was war das? Ach so. Der Schreiklang bedrohlicher. Als das, was da wirklich ist. Ich will mir jetzt einfach mal Narkotex. Ob man da auch die blauen Narkotex so reinpacken kann. Das ist natürlich eine gute Idee eigentlich. Wenn die so viel stärker sind, weil sowas groß sind. Also beim Terrezino sind die auf jeden Fall hilfreich. Ach, da ist ein Basilosaurus. No, und ganz viele Mantas. Ich habe ganz schön viele Pfeile verballert. Ich habe nur noch 22. Wie viel hatte ich eigentlich am Anfang? Ich war der Meinung, nee, 50 waren das auf keinen Fall. Hoffentlich bleibt der da liegen und wird nicht angesprochen. Boah. Ja, da ist es schon gut. Ich habe mich eh alles gebaut, ne? Ich kann auch leveln. Sehr lustig. Na, ich kann ja mal wieder was zur Seite nehmen. Ich hoffe, ich brauche auch noch nicht. Aber ich kann es in die Kippe reinpacken. Ich suche, ich kann jetzt mal den Scheiß hier raus holen. Jetzt level ich den Merz. Ich kann es in die Kippe reinpacken. Ich kann es in die Kippe reinpacken. Das geht nicht so weit, ne? Wer hat der? Naja, kein Recht ist. Das wird aber in der Werkbank gebaut, oder? Haben wir jetzt schon. Ich kann es hier gleich noch nach Hause nehmen. Huhu. Gehaften dauert. Hat er auch gleich mal so einen Schutz, denn so ein Sattel bedeutet auch Rüstung für den Mino. Ach, warte mal. Alter, da stapeln sich die Eier. Oh, schön, T-Rex. Wo ist mein Loch da? Ich habe sowas alles aufgeschrieben. Er rennt mir ja jetzt nicht weg. Ein pulmonosorpio. Ich bin ein schlaues Kind. Ich schreibe mir Sachen auf. Ach so, ich brauche nicht mehr. Kein Metall, ja. Ich habe so alles eng geschmolzen. So, es ist schlaues. Wir haben gar kein Metall mehr. Hat er nicht gesagt, er kann es frei machen? Oh, gegen Stand herstellen. Sieht auch nicht so rum. Und aufsteigen. Und los. Machen wir mal eine Abkürzung und fliegen oben. Wenn ich dann noch einen Tericino finden würde, wäre das jetzt ideal. Eigentlich die Narkotiks. Ja, die, die ich nicht brauche, kann ich vielleicht bearbeiten. Dann kann ich vielleicht auch noch ein bisschen Teri finden. Was machen denn meine Haare da? Die machen auch, was sie wollen. Ist der Basilo schon weg? Da ist er. Mit ganz vielen Mantas. Also sehr gefährlich. Der war er nicht, aber die Mantas. Jetzt muss ich meine ehemalige Base finden. Und dann weiß ich, wo der T-Rex ungefähr liegt. Oh, bitte lass ihn noch da liegen. So lange war ich nicht weg. Das ist der andere Fluss. Oh Gott, jetzt kommt das wieder. Dieses Gebuse hier durch diesen Wald. Da ist er, da ist er, da ist er. Oh, 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 oh. Hier wird aufgeräumt. Würde sowas nicht. Ach ne, ich kann das jetzt reinpacken. Mal die Hälfte. Die Benommenheit ist echt noch hoch. Muss ich ja mal so sagen. Haben wir jetzt noch irgendetwas vergessen hochzurollen. Wo sind eigentlich die Adler hingefallen, weil ich die schon direkt mit weggesnackt. Der ist echt krass, der PT, muss ich ja schon selbst staunen. Oh, mal wieder anders hinsetzen, ja. Ja, hallo. Wo kommen die alle her? Ah, da oben. Hätte ich mir ja denken können. Was sind jetzt mein Herz? Was ist hier jetzt? Hä? Ähm. Ach, oh Gott. Ja. Man sollte auch an der richtigen Ecke suchen. Ja, das geht gut. War doch gerade noch. Ach, der ist da hinten abgewandelt. Welcher Level war das jetzt nochmal? 90? Weiblich? Kann da so nochmal T-Rex-Eier tun. Aber naja, Eier sind jetzt nicht mehr so wichtig, da wir ja diesen Pibble Table haben. Damit ist das Thema Ei eigentlich erledigt, aber ich mag Eier. Ich finde die hübsch. Ich brauche nicht. Nichts dafür. Ähm. Kannst du mir mal geben? Oh. 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 Ich habe wohl die guten Werkzeuge gefunden. Nein, überhaupt nicht. Brauchen wir einen Moment nicht. Ähm. Ja. Okay, dann. Jetzt können wir da nochmal hier rein. Das brauchen wir noch nicht. Ich weiß nicht. Die Geräte können wir da auch reinpacken. Geräte. Okay, das haben wir schon. Vielleicht schon mal auch mehr als genug werden. Erst gleich Geräte. Und dann wird auch geräumt. Oh, das ist ein Pferd, das ist ein Pferd. Oh, der ist ja echt bald fertig. Wow. Da bin ich mal gespannt, wie so ein Pfericino da drin wird. Ja, schon wieder festgeflogen hier. Vielleicht finden wir ja schon mal einen. Die ganze Skorpione sind tot. Oder? Kommt da jetzt noch? Ja, da kommt etwas. Haha. Was dachtest du? Ich werde immer ein Eierdieb sein. Immer. Na ja. Ich habe dir dein Ei weggeschneit. Oh, schneller. Oh, Sabertooth. Hier sind auch keine Terrys. Jetzt ist es voll merkwürdig, dass sie hier nicht sind. Jetzt gehen wir mal wieder zurück zum T-Rex. Äh, T-Rex. Erstmal am T-Rex vorbeifahren. Na, wollt ihr mich fressen? Ja, natürlich wollt ihr. Wir sind hier. Oh, wie ist es hier? Oh, wie ist es hier? Ich glaube, da werde ich jetzt mit dem Tyrex ordentlich was zum aufholen. Ach, der Stevo. 150? Oh, das tut mir jetzt schon fast leid. Da war bestimmt der Sheriff in dieser Runde. Jetzt kommen wieder die blöden Sprüche. Oh, du bist ein Mensch. So, wo ist der Sattel? Da ist er. So, Mäuschen, komm mal hier rüber. Wie hoch ist er jetzt eigentlich geworden? 134? Das ist gut für den Anfang. So, leveln wir mal ein bisschen. Oh, es waren 130 oder sogar. Oh, ich habe Pels. Das ist gut. Das mache ich hier alles auf der Kerke. Und dann können wir Geschwindigkeit. Alter, Vogel. Was war ein Vogel? Was war ein Vogel? Ich hatte das so sehr. Ich hatte das so sehr. Hä? Ach so, ich habe kein Level? Ich weiß gar nicht, was ich leveln soll. Ich glaube, ich glaube, ich bin immer gut. Ich glaube, ich bin immer gut. Oh, Vorsicht. Oh, ich bin immer gut. Ich bin immer gut. Aber es war, der ist okay. Ok. sich irgendwo ab. Setzt nicht endlich irgendwo hin man. Ach er folgt dem Rex. Wieso folgt er dem? Wieso? Oh oh. Das ist jetzt ein bisschen doof, aber egal. Schon wieder. Krass raus. 200 Movements geht, das wird interessant. Wenn ich dann hier irgendwann mal wieder wegkomme. Das ist, dass die einem immer reinfliegen sind. Kannst du mal aufhören? Also es ändert eigentlich nichts. Was ist mit ihm los? Okay, so war das aber nicht getan. Mein T-Rex ist auf Speed. Oh, ein Brodan, ein Brodan. Brodan sind scheiße. Oh, das ist noch mal. 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 Was ist denn jetzt mit dem scheiß PT hier los? Manchmal regt mich das einfach nur noch auf alles. Oh, das ist noch mal. Nein, Mann. Ich muss noch mal Faculty machen. Ich muss schwarz machen. Ich muss noch mal machen. Okay. Ich muss noch mal eine Rolle machen. Ja gut, so krieg ich mir der Pity auch nicht mehr einen geholt. Ein Speedrex ist das. Huch. Ja. Äh, was? Bin ich über ihn rüber gelaufen, oder was? Scheiße. Huch. Tut mir leid, ich geh mir nicht mehr raus. Erstmal leveln. Gesundheit ist gut. Ausdauer ist gut. Oh, mal zu. Geld wird jetzt alles. Das blinkende Rot ist echt irritiert. Ich hab schon wieder ein Level gemacht. Ja. Schon geil, was ich leveln soll, Pity. Aber es ist gut. Ja. Ja. Jetzt mal wieder ein paar Mal.